Freunde der modernen Unterhaltung, grüß Gott, moin moin, servus und was es doch alles gibt, so, Infovideo Version 2.0, weil 1.0 meine Stimme zu leise war und die Musik zu laut, yay, aber diesmal kann ich offener reden, weil es nicht mitten in der Nacht ist, beziehungsweise 10 Uhr abends, nee 11 Uhr abends war es gestern sogar, als ich es aufgenommen habe und jetzt kann ich auch etwas besser reden, kurz auf den Punkt gebracht, ähm, ich habe, äh, so an das ganze Schneiden und so, ähm, geht mir gerade momentan richtig auf den Sack von den Vlogs, deswegen ist auch so lange nichts gekommen, ähm, ich versuche das Ganze ein bisschen, äh, anders zu machen, denn ich setze mich demnächst einfach für die Kamera und laber am Stück, ohne es zu schneiden, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, ähm, denn das ganze Geschnibbele und so, das, ja, ich weiß nicht, das will mir so nicht gefallen, ähm, könnt halt sagen, ja, aber für gute Videos, da muss man Zeit investieren und, ja, aber wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich das nicht, macht Sinn, sehr gut, ich werde jetzt auch niemanden angreifen oder so, denn es gibt Leute, die verstehen das bestimmt und sagen, jo, mach, wie du es willst, ich werde es mir dann anschauen, wenn es einem gefällt, ist ja dann eine andere Sache, äh, ähm, auf jeden Fall, der zweite Punkt ist, ähm, dass die Videos so kommen werden, wie ich dazu Lust habe, was bedeutet, habe ich Lust auf einen Vlog, kommt mal ein Vlog, habe ich Lust auf Let's Plays, komm, Let's Plays und ich habe momentan richtig Lust auf Let's Plays, ähm, das war jetzt eine Zeit lang, ja, nicht so, da hatte ich ja gar keine Lust auf Let's Plays und deswegen habe ich ja diese, ah, Konzeptänderung gemacht, ähm, was ein bisschen voreilig war, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ich werde es mit den Vlogs aber beibehalten, das heißt, ähm, es kommen wohl Vlogs, so ist es nicht, einer ist fest für den Juli geplant, der kommt, ähm, aber die sind halt dann etwas anders als die, die, bis jetzt kamen die zwei, halt am Stück und das Ganze schneiden, so, ähm, na, dann noch was zu den Let's Plays, es kommen wieder Let's Plays von mir und, ganz ehrlich, bevor jetzt irgendjemand von euch rumheult, ganz ehrlich, es kommt bevor wir rumheulen, So, deswegen hört jetzt gut zu, ich erkläre euch, was mit den offenen Projekten ist, es waren nämlich Offen, Brutal Legend und Pokémon Hart Gold und League of Legends, ähm, League of Legends kommt sowieso nur, wenn ich dann was aufgenommen habe, Ändert sich nichts dran, ähm, weil ich auch momentan keine Leute habe, um wirklich so 5er Pre oder so aufzunehmen, weil wir mehr, ja, wie soll ich das sagen, Das sind alles keine YouTuber, das heißt, es ist ein bisschen, ja, und unsere Spiele sind nicht so pralle, also, das will auch keiner sehen, ähm, deswegen kommt da, es kommt eins, ein Spiel, das wird wahrscheinlich am Stück kommen, ähm, das kommt demnächst, ähm, aber League of Legends wird seltener, Es war eher so, Gott war was, Gott war nix, war es so, denke ich, denke ich mal, dass das was war, ich weiß es nicht mehr, so, zum nächsten Problempunkt, Ich hatte ja mal meinen PC neu aufgesetzt, da habe ich ja alle Dateien gesichert, dachte ich, ich war jetzt so gestern über meinen PC gegangen, dachte mir so, hast echt wieder Bock, Pokémon weiterzuspielen, Geguckt, Pokémon hat Gold, ähm, wo ist der Ordner, wo, Moment, äh, wo ist der Ordner, Poké, und da hat's gepinkt, Mein Ordner, wo meine Emulatoren und Roms, wo mein, der Ordner, wo ich, äh, meine, meine, ähm, also, ist nicht so, dass ich auf Emulatoren und Roms spiele, nein, nein, ich mach ja nichts Illegales, so einer bin ich ja nicht, Also, also, ihr wisst, ein Programm, womit ich vom GBA aufnehmen kann, äh, vom Nintendo DS aufnehmen kann, das geht, ja, äh, ähm, das Programm ist weg, Beziehungsweise, die Spieldateien auch vom Spiel, ihr wisst, was für ein Problem sich ereignet? Genau, ich müsste alles so 100% nachspielen, Habt ihr Bock drauf? Ich nicht, ähm, deswegen, weil er fast 30 Parts Pokémon hat gewollt, wenn ich das jetzt nachspielen würde, dann hätte ich schon wieder keine Lust mehr, Wisst ihr, was ich meine? Gut, deswegen, ähm, kommt ein anderes Pokémon, äh, ein Rom-Hack, so viel kann ich verraten, äh, was das ist, werdet ihr dann heute sehen, Oder habt ihr schon gesehen? Ich weiß nicht, wie spät jetzt das Infovideo onkommt, ähm, in einer Stunde kommt's, okay, ihr seht das Pokémon-Video wahrscheinlich vor diesem Infovideo, Wenn ihr gut aufgepasst habt, sonst schaut auf dem Kanal vorbei, es ist ein sehr interessantes Spiel, ähm, und Brüte-Legend, äh, das wird auch ab und zu kommen, Ähm, ganz ehrlich, ich hatte jetzt, es ist geil, das Spiel, es ist Metal-geil, ähm, aber es hat jetzt nicht so einen hohen, äh, Spiel-Spaß, wie ich dachte, Im ersten Moment, klar, neues Spiel, geil, macht auch Spaß, aber mit der Zeit, es ist ja immer dasselbe und, ganz ehrlich, es kann auch an mir liegen, Aber mir macht das Spiel so auf Dauer irgendwie keinen Spaß, das muss ich ganz ehrlich so sagen, ähm, ich werde es natürlich ab und zu dann spielen, Wenn ich es spiele, werde ich es dann natürlich auch aufnehmen, wie ihr im letzten Part sich ja gemerkt habt, war ich so, ja, und, äh, und, äh, ja, das hat wirklich Spaß gemacht, Und so würde ich im Moment Brüte-Legend weiter aufnehmen, und das will keiner von euch hören, deswegen nehme ich es auf, wenn ich sage, Och komm, hast du mal wieder Bock auf Brüte-Legend, nimmst du mal wieder was auf, ähm, es gibt auch genug Let's-Plays, die gerade bis jetzt schon fertig sind mit Brüte-Legend, Die ihr gucken könnt, von guten Let's-Playern, so gesehen, ähm, will mein Let's-Play sowieso niemand sehen, denke ich mal, Gut, wenn ich davon ausgehe, dürfte ich gar nicht Let's-Playen, weil jedes Spiel schon mal Let's-Played wurde, ähm, Bus auf Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses, da bin ich einer der wenigen, haha, und wenn man das in der YouTube-Suche eingibt, äh, es sind einige meiner Parts sogar ganz oben, Da freue ich, das ist geil, wenn man so als klitzekleiner YouTuber, äh, ganz oben in der Suchleiste steht, wenn man es, Könnt ihr selber mal gucken, Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses, German, drückt Enter, und dann seht ihr einige Parts von mir oben, Das ist mega genial, ohne Scheiß, das ist eines der Dinge, da freue ich mich drauf, oder, worüber ich mich freue, dass ich das Projekt so durchgezogen habe, Das ist einfach Geiles, und das wird vielleicht schon demnächst bald wieder als Real Let's-Play kommen, weil ich das so gerne wieder spielen möchte, Ähm, könnt auch gerne schreiben, ob ihr das Let's-Play nochmal sehen wollt, äh, natürlich mit anderen Karten dann, aber, ja, weiß nicht, ähm, ja, zu, ähm, Einem anderen Yu-Gi-Oh! Spiel, Kapselmonster ist auch geplant, das Problem ist nur, ich habe das Spiel schon mehr oder weniger durchgespielt, Ich hab, ich verrate euch jetzt was vom Spiel, wenn ihr das nicht hören wollt, dann Pech gehabt, ganz ehrlich, ähm, Denn ich will euch die Problematik bei dem Spiel erklären, das Spiel ist geil, Kapselmonster, keine Frage, Aber, es gibt vier Kolosseen, die sind alle bis auf Kaiba leicht meisterbar, ja, meisterbar, ich sag jetzt nicht leicht meisterbar, aber meisterbar, So, Kaiba war schon eine härtere Nummer, hab ich auch geschafft, nicht aufgenommen, aber Privatheit, als mein PC kaputt war, Danach kommt eine fünfte Area, und die Gegner sind mega krass schwer, ich hab 10 Mal gegen den ersten gekämpft und keine Chance gehabt, Deswegen möchte ich das Let's-Play jetzt auch nicht wieder spielen, weil ich an dieser Stelle dann nicht weiterkommen werde, Und das regt mich dann auf, und das heißt, dass das Projekt da beendet wird, und bevor ich das jetzt bis dahin spiele, Denn die Enttäuschung noch größer ist, als wenn ich jetzt 5 Parts habe, sagen wir mal, ich hab jetzt 30 statt, ich hab jetzt statt 5, 30, Dann ist ja natürlich die, ähm, Enttäuschung größer, und deswegen wollte ich das Let's-Play dann auch erst nicht machen, Weitermachen, äh, wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, ich werde aber mal schauen, ob ich das jetzt doch demnächst durchziehen werde, Und dann bei der fünften Arena erst aufhöre, Schauen wir einfach mal, so, ich hab euch jetzt fast 10 Minuten zugelabert, es sollte reichen, Ähm, wenn ihr auf meinen Kanal geht, seht ihr das neue Motto von dem Kanal, ähm, Ich mache hier, was ich will, weil es mein Kanal ist, der zweite Teilsatz ist jetzt, weil, weil es mein Kanal ist, hinzugefügt, Weil, das nicht oben alles mit reinpasst, keine Ahnung, ähm, es ist mein Kanal, ich mache hier, was ich will, Wem's nicht passt, der kann mich deabonnieren, da bin ich ganz ehrlich, Wem das gefällt und sagt, ja gut, ist dein Kanal, mach was du willst, ich gucke jedes Video von dir, Der kann gerne bleiben, der Rest kann mich gerne deabonnieren, da hab ich nichts dagegen, So, jetzt hab ich meine Meinung mal frei gesagt, Ich hoffe, ihr habt diese 10 Minuten zugehört Und wir sehen uns in meinen Videos, in diesem Sinne, Wiederschauen, Reingehauen und bis dann, Tschüss!